Weiter geht es mit der Finnlo Kraftstation BioForce. Diese Kraftstation ist besonders gut für das Heimtraining in Wohnungen geeignet. Mit der TNT-Widerstandstechnologie verursachen die Bewegungsabläufe keine Geräusche. Deine Nachbarn werden sich somit nicht durch lärmende Gewichtsscheiben gestört fühlen. Das Gesamtgewicht der Fitnessstation liegt bei 67 kg. Ein Leichtgewicht unter den Kraftstationen, das trotzdem über eine gute und sichere Stabilität verfügt. Mit der Kraftstation kannst du mehr als 100 Übungen durchführen. Wichtige Muskelgruppen werden mit Bankdrücken, Beinbeugen, Lattzugtraining oder Butterfly trainiert. Um den Widerstand zu verstellen, brauchst du nicht aufzustehen. Ein Verschlussschiebemechanismus sorgt für eine leichte Einstellung des Widerstandes. Die Kraftstation BioForce bietet sich für ein professionelles Training zwecks Muskelaufbau und Muskeldefinition an. Mitchuk brill Hat. Musik 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 Musik